Die Hilfe von Jette durch die Tore treiben, versuchen den Slalom zu kochen und danach die Schafe einzukehren. Da Jette noch ein sehr junger Hund ist, wie Sandra gerade erzählt hat, und noch nicht so lange bei Sandra ist, kann es sein, dass sie ein bisschen nervös ist, aber wir gucken mal, wie es klappt. Kann sein, dass der Hund ein bisschen durch die Leute irritiert ist. Man sieht schön, wie der Hund Abstand hält, um die Schafe nicht zu sehr zu drücken. Ihr braucht keine Angst haben, die Schafe haben mehr Angst vor euch. Die Schafe durch Treibtore zu schicken, ist auch eine Disziplin auf Wettkampf. Jetzt kommt der Slalom. Ja, der Hund, da ist schon so, dass sie dann nach oben gehen soll, wo sie das haben. Und zum Schluss fährt Jette jetzt noch die Schafe ein. Und zum Schluss fährt Jette jetzt noch die Schafe, wo die Kinder geht.